Und aus Moskau ist mir unser Russland-Korresponder Christoph Wanner zugeschaltet. Denn Christoph, offenbar scheint sich in der Ostukraine ein neuer umkämpfter Brennpunkt jetzt herauszubilden. Welche Entwicklungen zeichnen sich da an der Ostfront ab? Ja, es scheint jetzt so zu sein, dass sich die russischen Streitkräfte auf der einen Seite und die paramilitärischen Wagner-Söldner auf der anderen Seite ein neues Ziel ausgesucht haben für ihren Vormarsch. Und das ist die Stadt Seversk, wohl auch im Bereich Danetzk, rund 20 Kilometer nördlich von Solidar. Das war ja zuletzt der Brennpunkt, heiß umkämpft. Und es scheint wohl so zu sein, dass da die Wagner-Söldner jetzt ihre sogenannte Säuberung abgeschlossen haben, dass es ihnen wohl auch gelungen ist, einen Eisenbahn-Knotenpunkt in der Nähe von Solidar zu nehmen soll. Und jetzt eben nach Norden rauf Richtung Seversk. Es gab diese für die Ukraine sehr wichtige Verteidigungslinie, Bachmut-Solidar-Seversk. Und wenn jetzt auch noch Seversk fallen sollte, dann müssten sich die Ukrainer weiter Richtung Westen zurückziehen auf die nächste Verteidigungslinie. Und das scheint dann tatsächlich die Linie Konstantinovka, Kramatorsk und Slavinsk zu sein. Alles Großstädte, nicht Kleinstädte wie Solidar und Seversk, sondern Städte mit 160, 110.000, 70.000 Einwohnern vor dem Krieg. Darum scheint es jetzt zu gehen. Das berichtet ganz frisch der einflussreiche pro-russische Blogger Yuri Padalyaka. Und er zitiert da auch ein weiteres Portal, das heißt Resident. Die Ukrainer ordnen das dem russischen Geheimdienst zu. Und da wird kolportiert, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Saluzhny den Präsidenten Selenski gebeten haben soll, die Truppen aus Seversk zurückziehen zu dürfen, weil er keinen strategischen Wert in dieser Stadt ziehen würde. Das alles postet Padalyaka. Und da muss man natürlich immer vorsichtig sein, ob da nicht auch sehr viel psychologische Kriegsführung dabei ist. Aber lass es uns einfach ganz klipp und klar sagen, das sind die letzten News. Was sich daraus entwickelt wird, müssen wir abwarten. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.